Willkommen zu das krasse Game Leta. Episode 1. Los geht's. Die Krasse Game Leta. 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 auf jeden Fall erst mal am Strand ok ist alles englisch dazu habe ich erst mal keine Lust da komme ich nicht hoch mal gucken was uns hier erwartet auch wieder allzu riesig groß hier sehr schön geht das auch allenglisch so was haben wir hier Lagerfeuer Kaminfeuer und alles ist hier im Weg Mensch erstmal drunter suchen aber hier scheint nichts Wichtiges zu sein Schauen wir mal hier hinten aber hier scheint auch nichts zu sein außer dem Brief wir werden uns noch mal das Ding hier angucken ok gar nichts ok ok dann würde ich sagen gehen wir mal einfach weiter da die kann ich an und aus machen sehr geil da ist hhhh hier ist zu muss hier noch Irgendwann liegen Womit wir die Tür aufmachen können Na hier hinten wird noch sein Das ist Quatsch Gehen wir nochmal hier rein Okay, Messer Na Bolle Ne, hier ist irgendwie nichts Was wir brauchen können Ach, hier die Tür haben wir übersehen Guck mal an Hier im Bett zum Pennen Aber das ist erstmal scheißegal Schade, dass hier Englisch sind Nicht Deutsch Sehr schade Was war hier Ne, da war auch nuscht Sieht so aus wie eine Falle Ja Ja Da ist auch zu Okay, leider können wir hochklettern Mensch, die liegt da auch nur Schrott rum Nein Oh, scheiße Ja, nicht gesehen Okay Okay, hier passiert nuscht Hm 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 Wär im Web würde ich hier Wär im Web würde ich hier Was ist denn da oben, ey Boah, was ist denn da oben, ey Hm 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 Ah Sehr schön Guck mal an Guck mal an Alte Mühnschacht Leider zu, schade Boah, was war das Mal aufpassen, dass wir hier nix wo drin latschen Boah, das Blut hier jetzt Ok, mann mann mann. Ok, da passiert nischt. Ok, man kann sprinten, ok. Ähm... Ich kann mal die ja ein bisschen anschieben, warte mal. Ne, hier scheint nischt zu sein. Stromkasten. Uff, können wir auch nischt machen, ok. Weil da würde direkt hier rin fahren, ja. Aber volle Kanne. Ok, gehen wir mal weiter. Äh, was haben wir hier? Eine Tür... Tür... Schöner Brief. Ähm... Können wir mal hier drehen. Wasser fließt... Oh, Alter. Fuck. Oh, oh, oh. Es wird heiß. Alter. Da. Steam. Und wird alleslekken. Und... Irgendwas haben wir jetzt hier... ausgelöst. Aber, da gucken wir gleich mal. Moment. Oh, das sieht nischt gut aus hier. Ne. Das sieht nicht gut aus. Ne, ne. Aber hier scheint jetzt Strom zu sein. Ach ja, na klar. Moment. Klar, der Hebel. Sicher. Ja, das zeigt doch, der fährt voll durch. Man, ich liebe ja so eine Game zwar. Also, das hat ja... Hammer. Danger. Zu. Hm. Ich würde sagen, warte. Oh, fuck.